Hi und herzlich willkommen zu einer ganzen Abiturklausur aus dem Jahr 2021. Ich bin Magda und ich will euch hier bei YouTube die Abiturklausuren der letzten Jahre aus verschiedenen Bundesländern und Österreich und der Schweiz vorrechnen. Und das hier ist jetzt der hilfsmittelfreie Teil aus Schleswig-Holstein. Habe ich ausgesucht, weil die Aufgaben einfach super schön sind und sehr, sehr typisch für hilfsmittelfreie Teile. Also egal aus welchem Bundesland ihr kommt, das hier sind Top-Aufgaben, um euch auf hilfsmittelfreie Klausuren vorzubereiten. In Schleswig-Holstein ist es so, dass wir 10 Aufgaben kriegen, also HMF 1 bis 10. Daraus sind 4 Analysis, 3 Vektoren und 3 Stochastik und die haben immer 2 Unteraufgaben jeweils, die insgesamt 5 Punkte geben. Geplant ist für diesen hilfsmittelfreien Teil hier 60 bis 90 Minuten. Das heißt, man darf frühestens nach 60 Minuten abgeben, kann man aber schon machen. Dann hat man halt mehr Zeit für die Wahlaufgaben. Man muss nach 90 Minuten abgeben, also das wäre das Maximum an Zeit, was man hierfür hat. Ja und wir gucken jetzt einfach mal, wie schnell wir da durchkommen. Ich werde es in Ruhe vorrechnen. Ich empfehle euch, die Sachen auszudrucken, damit ihr die wirklich auch bei euch habt oder zumindest aufs Tablet zu ziehen und mitzurechnen. Den Link zum PDF findet ihr unten in der Videobeschreibung deswegen auch und macht das wirklich. Ihr werdet sehen, wenn ihr wirklich mit mir, mit diesem Video mitrechnet, seid ihr hinterher viel, viel schlauer und habt ganz, ganz viel gelernt. Also, starten wir direkt mit der ersten hilfsmittelfreien Aufgabe. Thema, seht ihr hier schon, sind ganz rationale Funktionen. Und wir sollen zuallererst bei Aufgabe 1,1 zeigen, dass x gleich 1 eine lokale Minimalstelle von der Funktion f ist, also mit anderen Worten ein lokaler Tiefpunkt. Und das ist ein bisschen anders als, berechnen sie den lokalen Tiefpunkt, weil hier kennen wir ihn schon. Und wir müssen vor allem nur diese x-Koordinate zeigen. Heißt für uns, es reicht, wenn wir alles, was wir sonst berechnet hätten, nachweisen. Also hier bei Aufgabe 1,1 schreiben wir erstmal hin, gegeben ist unsere Funktion f von x. Das ist 4x hoch 3 minus 12x und zu zeigen ist, x gleich 1 ist lokale Minimalstelle. Und gewöhnt euch das wirklich an, immer hinzuschreiben, was gegeben und was gesucht ist. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Zeitverschwendung, aber es ist wirklich gut, um euch nochmal klarzumachen, was habe ich eigentlich und was brauche ich. Und das ist gerade bei komplexeren Aufgaben super wichtig, den Überblick zu haben. Okay, wir gehen strukturiert vor und sagen zuallererst, wenn es um Hoch- und Tiefpunkte irgendwie geht, brauchen wir die Ableitungen. Und zwar die erste und zweite. Und das ist bei ganz rationalen Funktionen ja immer sehr schön. Ableiten geht nämlich einfach so, dass man den Exponent mit Mal nach vorne holt, also 3 mal 4 und dann den Exponenten um 1 kleiner macht, also x hoch 2. Und bei 12x, da fällt einfach das x weg, also da bleibt nur die 12 stehen. f'', da machen wir es genauso. Wir könnten hier natürlich noch etwas vereinfachen. 12x² minus 12 und dann können wir wieder den Exponenten nach vorne holen. 2 mal 12, dann x hoch 1, 1 kleiner machen. Und normale Zahlen, die fallen beim Ableiten auch weg. Das heißt, wir sind hier mit 24x schon fertig. Nächster Schritt im Kochrezept für Hoch- und Tiefpunkte. Die notwendige Bedingung. Wir wollen immer, dass die erste Ableitung gleich 0 ist. Wer nicht weiß warum, kurze Erklärung. Wer weiß warum, einfach ein bisschen vorspulen. Wir wollen, dass die erste Ableitung gleich 0 ist, weil die erste Ableitung uns die Steigung angeht. Das heißt, f' kann man sich immer vorstellen als Steigung von unserer Funktion f. Und da, wo unsere Funktion f steigt, also hier in diesem Bereich und in diesem Bereich zum Beispiel, da ist f' immer größer als 0. f' größer 0. Wenn unsere Funktion jetzt aber irgendwie fällt, dann ist in dem Bereich f' negativ. Weil fallen heißt, eine negative Steigung zu haben. Also da ist f' kleiner 0. Und wir wollen jetzt ja Hoch- und Tiefpunkte herausfinden. Das heißt, wir wollen diese Stellen hier, wo die Funktion nicht hochsteigt, nicht runterfällt, sondern genau auf der Kippe steht sozusagen. Naja, und was passiert zwischen negativ sein und positiv sein? Naja, da muss die Ableitung genau 0 sein. Und deswegen suchen wir diese Punkte, wo die Steigung genau 0 ist. Ist übrigens hier nicht genau unsere Funktion, ne? Nicht wundern, wenn ihr sagt, die passt ja gar nicht zu dem hier. Das ist nur eine kleine Skizze. Ja, und bei uns müssen wir jetzt nicht wie sonst f' von x gleich 0 setzen und x ausrechnen, sondern wir kennen x. Das heißt, wir können einfach sagen, wir gucken mal, was mit f' an der Stelle 1 passiert. Und da sollte jetzt, damit das wirklich ein Tiefpunkt sein kann, 0 rauskommen. Also schauen wir, 12 mal 1² minus 12 ist 12 minus 12 ist 0 und check, notwendige Bedingung für x gleich 1 passt schon mal. Nächster Schritt, wir müssen die hinreichende Bedingung noch prüfen. Das heißt, wir müssen schauen, ob tatsächlich auch f' von x ungleich 0 ist. Weil das ist immer die Bedingung. f' von x muss 0 sein und f' von x darf nicht 0 sein, beziehungsweise beim Hochpunkt muss es negativ sein, beim Tiefpunkt positiv. Wir bräuchten hier also für die lokale Minimalstelle ein f' das größer als 0 ist. Gucken wir. f' von unserer Stelle 1 wäre 24 mal 1. Das ist 24, das ist größer als 0 und damit können wir auch hier sagen, check, hinreichende Bedingung passt. Wir wissen also, x gleich 1 ist tatsächlich eine lokale Minimalstelle. Und nicht wundern über dieses lokale, jeder Hoch- oder Tiefpunkt ist ein lokaler Hoch- oder Tiefpunkt. Es macht immer nur den Unterschied, wenn über global gesprochen wird. Also hier zum Beispiel, da hätten wir eine ziemlich verrückte Funktion und das hier wären alles lokale Hochpunkte, weil die lokal in einem gewissen Bereich die größten Punkte sind. Also hier in diesem Bereich hier ist der Hochpunkt der höchste Punkt der Funktion. Aber es ist kein globaler Hochpunkt, weil dieser Hochpunkt hier ist noch viel höher. Also lokale Minimal und lokale Maximal sind alle Hoch- und Tiefpunkte. Aber in diesem Fall zum Beispiel ist nur dieser Hochpunkt auch globaler Hochpunkt. Und bei den Tiefpunkten ist es ein bisschen anders hier. Hier, das sind alles lokale Tiefpunkte, aber einen globalen Tiefpunkt gibt es nicht, weil es ja immer noch tiefer runter geht und die Funktion also dementsprechend Punkte hat, die noch tiefer sind als diese beiden Tiefpunkte. Also das hier wären jeweils nur lokale Tiefpunkte und einen globalen Tiefpunkt, den gibt es hier nicht. Okay, so viel zum Background. Wir gucken zur Aufgabe 1.2. Da sollen wir jetzt einen Funktionsterm einer Stammfunktion f angeben, wobei aber f von 0 nicht 0 sein darf. Und dieser Operator, geben Sie an, der ist super, das muss euer Freund sein, weil geben Sie an heißt einfach, schreiben Sie hin. Da muss man also nichts großartig rechnen oder erklären. Man kann es einfach da hinklatschen und kriegt die volle Punktzahl. Aber natürlich muss man trotzdem irgendwie ein bisschen was rechnen. Gegeben ist weiterhin unsere Funktion. f von x war ja 4x hoch 3 minus 12x. Und gesucht können wir jetzt sagen, ist die Stammfunktion Groß-f von x. Wobei aber f von 0 nicht 0 sein soll. Und was das heißt, gucken wir uns gleich an. Erstmal überlegen wir, wie man eine Stammfunktion bildet. Und da müsst ihr euch daran erinnern, dass Aufleiten das Gegenteil von Ableiten ist. Also, wenn hier x hoch 3 steht, hätte ich beim Ableiten ja x hoch 2 draus gemacht, Exponenten 1 verkleinert. Hier wird jetzt der Exponent um 1 vergrößert. Und anstatt wie beim Ableiten mit dem alten Exponenten zu multiplizieren, muss ich beim Aufleiten, Gegenteil halt, durch den neuen Exponenten teilen. Also der Vorfaktor 4 wird durch den neuen Exponenten 4 geteilt. Bei 12x genauso. Dieses x hat ja eigentlich hier eine unsichtbare 1 als Exponent. 1 kann man immer als Exponent geben. Also mache ich daraus schon mal hoch 2, weil, Aufleiten, Exponent wird 1 größer. Und dann nehme ich den Vorfaktor, die 12, und teile durch den neuen Exponenten durch 2. Und wenn ich das vereinfache, komme ich auf x hoch 4 minus 6x hoch 2. Die Probe wäre, um zu gucken, ob das wirklich die Aufleitung ist, ich leite wieder ab, also ich bilde Groß F' von x und schaue, ob ich da ankomme, wo ich war. Aber ihr seht schon, das haut hin. Probe wäre aufgegangen, muss man hier nicht unbedingt machen, ist nur empfehlenswert, wenn man sich nicht sicher ist, ob man es richtig gemacht hat. Ja, das Problem, was wir jetzt noch haben, ist, wenn wir in dieses Groß F von x, das wir gefunden haben, eine 0 einsetzen, kommt 0 raus. Das heißt, hier diese Bedingung, die wir wollten, ist nicht erfüllt. Kriegt man also keine volle Punktzahl dafür. Und da muss euch klar sein, dass so eine Stammfunktion auch immer noch irgendwie einen Wert dazu bekommen könnte. Ich könnte also schreiben, plus 10. Und trotzdem wäre das eine Stammfunktion, weil, hier bei meiner Probe, die 10 beim Ableiten ja wieder wegfallen würde. Also ganz allgemein kann ich sagen, so eine Stammfunktion kann immer noch eine Konstante plus c dazu bekommen. Und dieses c kann irgendeine beliebige, reelle Zahl sein. Beim Ableiten würde die wegfallen. Das heißt, ich habe nicht nur eine Stammfunktion, ich habe eigentlich unendlich Stammfunktionen für meine Funktion f. Und deswegen wird auch oft gesagt, nicht geben Sie die Stammfunktion an, sondern korrekterweise geben Sie eine Stammfunktion an. Ja, und bei uns können wir jetzt eigentlich überlegen, welches c wir nehmen wollen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache f von x gleich x hoch 4 minus 6x² plus, so ein kleiner Mathe-Witz, ne, 42. Da werden eure Mathelehrer schmunzeln, zumindest wenn sie ein bisschen nerdig sind, weil das ist immer so, wenn man irgendwas wählen soll, wählt man in der Mathematik 42. Die Antwort auf alle Fragen. Aber man kann sich was ausdenken, was man möchte, ne. Man könnte auch einfach schreiben, f von x gleich x hoch 4 minus 6x² plus 1000 und 1 oder so. Also hier könnt ihr euch beliebig irgendwas dazu schreiben, was ihr gut findet. Und das war dann auch schon die Aufgabe 1. Gucken wir uns die zweite Aufgabe an. Da geht es jetzt wieder um eine ganz rationale Funktion, aber da wird jetzt ein bisschen Bruchrechnung angeguckt, ob ihr das alles noch hinkriegt und ob ihr vor allem Ahnung von Tangenten und linearen Funktionen habt. Erste Aufgabe. Wir kriegen die Funktion f von x auch abgebildet und uns wird gesagt, dass die Tangente an f im Punkt p, den haben wir auch, tp heißen soll und die Tangente im Punkt q, das ist einfach der Ursprung, die soll tq heißen. Außerdem wird uns verraten, dass die Ableitung von f bei 3 minus 5 halbe ist und da könnt ihr direkt schalten und sagen, okay, das ist ja minus 2,5. Kann man sich besser vorstellen. Und was wir jetzt machen sollen ist, zeichnerisch die Nullstelle der Tangente tp ermitteln. Also irgendwie sollen wir die Tangente an den Punkt p einzeichnen und dann gucken, wo die durch die x-Achse durchgeht. Und dafür muss man wissen, dass die Tangente immer genau dieselbe Steigung wie die Funktion im Berührpunkt hat. Das heißt, unsere Tangente tp muss hier am Punkt p starten und dann eine Steigung von minus 2,5 haben. Das heißt, ich zoome mal ran, wenn man hier eine Einheit nach rechts geht vom Punkt p aus, eine Einheit nach rechts, dann geht es zweieinhalb Einheiten runter, also 1, 2 und noch ein halbes. Also durch diesen Punkt muss die Tangente auch durchlaufen. Und dann kann man von da aus wieder gucken. Eine Einheit zur Seite, dann kommt die Steigung, eine halbe und ein ganzes und nochmal ein ganzes, zweieinhalb Einheiten, also geht es runter. Und diese Punkte können wir jetzt einfach verbinden. Das heißt, unsere Tangente sieht irgendwie so ungefähr aus. Und da sieht man jetzt schon ziemlich gut, ja, die Nullstelle können wir ungefähr ablesen, die Nullstelle hier von unserer Tangente tp. Und je nachdem, wie exakt man da gezeichnet hat, sieht man, dass das ungefähr hier ist. Also das ist ja die 4, dann kommt hier die 5. Also die Tangente hat ungefähr eine Nullstelle von vielleicht 5,4, 5,5. Und ehrlich gesagt kann man das bei zeichnerischen Lösungen nie so perfekt sagen. Und deswegen ist da auch die Musterlösung sehr, sehr kulant. Alles, was ihr im Intervall von 5,2 bis 5,6 da irgendwie sagt, wird akzeptiert. Also wenn wir sagen, die Nullstelle von tp liegt circa bei 5,4, dann kriegen wir die volle Punktzahl von zwei Punkten und die hätten wir auch bekommen, wenn wir 5,2 oder 5,6 oder irgendwas dazwischen angegeben hätten. Also bei sowas Zeichnerischem, macht euch keine Sorgen, da ist immer ein relativ großer Spielraum. Ja, und den haben wir bei der nächsten Aufgabe nicht, weil da soll jetzt rechnerisch etwas geprüft werden. Und zwar, ob unsere Tangente tq, also die Tangente im Ursprung, durch den Punkt p verläuft. Für die Idee also, wenn man sich nochmal die Skizze anguckt, die Tangente, die durch q läuft, die sieht ja irgendwie ungefähr wahrscheinlich so aus. Und ja, zeichnerisch könnte man sagen, wahrscheinlich läuft diese Tangente tq durch den Punkt p durch. Aber sicher können wir halt erst sein, vor allem, wenn es hier so steht, wenn wir das nachgerechnet haben. Also müssen wir hier bei der Aufgabe tatsächlich die Tangente tq aufstellen. Also gesucht können wir sagen, ist die Tangente tq und danach, wenn wir sie haben, eine Punktprobe mit p. Heißt für uns, wir müssen uns daran erinnern, wie man Tangenten aufstellt. Und da gibt es ein schickes Kochrezept, das ihr auch so für eure Lernzusammenfassung nehmen könnt. Der erste Schritt ist immer, dass man sagt, naja, Tangenten, das sind lineare Funktionen. Das heißt, so vom Grundgerüst her sieht unser tq von x irgendwie so aus, m mal x plus b. Dann wissen wir, was wir vorhin schon hingeschrieben haben, dass die Tangenten immer die Steigung der Funktion selbst im Berührpunkt übernehmen. Das heißt, die Steigung ist ja hier unser m. Dieses m kriegen wir, wenn wir die Steigung von unserer Funktion, also Steigung gleich Ableitung, f' von unserer Funktion am Berührpunkt, also für die Tangente tq, bei 0 ausrechnen. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich erstmal f' von x. Heißt, wir müssen unsere Funktion ableiten. Ich schreibe sie uns nochmal kurz hier hin zur Erinnerung. Und das war das, was ich jetzt meinte mit Bruchrechnung. Das kommt da jetzt nämlich auch wieder dran. Ihr müsst ja den Exponent mit mal nach vorne holen, also 3 mal minus 1 halb rechnen. Das ist dann minus 3 halbe. Dann Exponent 1 kleiner machen, x hoch 2. Plus, und auch hier, 3 halbe mal den Exponenten, 3 halbe mal 2, ist 3x hoch 1 dann. Und bei 2x fällt das x einfach weg, also plus 2. Und da setzen wir jetzt die 0 ein. Das heißt, wir gucken f' von 0 an. Und dann seht ihr schon, wenn ihr da überall eine 0 fürs x einsetzt, kann man eigentlich auf den ersten Blick erkennen, was passiert. Dann bleibt nämlich nur noch die 2 stehen. Und dann haben wir f' von 0 ist 2. Und das heißt, für unser Grundgerüst hier haben wir jetzt schon ein Zwischenergebnis. Wir wissen also, tq von x muss irgendwie so ein 2x plus b sein. Und das b, solltet ihr auch wissen, ist immer der y-Achsenabschnitt. Also m ist die Steigung und b y-Achsenabschnitt. Und das wäre eigentlich der dritte Schritt vom Tangentenkochrezept. Aber wir wissen den y-Achsenabschnitt hier schon. Normalerweise würde man einen Punkt nehmen, einsetzen und dann b ausrechnen. Aber wir wissen schon, die Tangente verläuft durch den Ursprung. Das war klar, weil q der Ursprung war. Und dann weiß man schon, alles klar, bei uns muss b der y-Achsenabschnitt 0 sein, weil unsere Tangente ja hier durch q durchgeht und dementsprechend y-Achsenabschnitt 0 hat. Ja, und damit haben wir hier im letzten Schritt die komplette Tangente tq einmal, die wir aufschreiben können. Es ist einfach 2x plus 0, also 2x. Ja, und damit kommen wir jetzt zu der Punktprobe, weil wir wollten ja wissen, ob dieser Punkt p mit den Koordinaten 3,6, ob der tatsächlich auf unserer Tangente tq liegt. Das heißt, wir machen jetzt eine Punktprobe mit 3,6 und setzen 3,6 einmal in tq ein. Dafür muss man wissen, dass die linke Seite von so einer Funktionsgleichung immer das y ist. Also f von x, tq von x, das ist jeweils immer der y-Wert. Also muss ich mal y, die 6, auf die linke Seite setzen und hier 2 mal x, 2 mal 3. Und dann sieht man schon, check, ne, das funktioniert. Der Punkt p, 3,6 liegt auf jeden Fall drauf. Und das sagen wir dann noch einmal. Der Punkt p, 3,6 liegt auf der Tangente tq. Und damit hätten wir auch hier von der Aufgabe die volle Punktzahl eingeheimst. Nächste Aufgabe. Die dritte aus dem Thema Analysis. Wir kriegen eine Funktion f, aber wir kriegen sie nicht vollständig. Wir bekommen nur zwei Infos darüber. Erstens wissen wir, f von 0 ist 2. Könnt ihr euch erinnern an gerade, das ist direkt der y-Achsenabschnitt. Weil immer, wenn man eine 0 einsetzt, kommt man zu dem Punkt, an dem man durch die y-Achse durchläuft. Dann wissen wir außerdem, zweitens, f' von minus 1 ist 0. Und f' von minus 1 ist kleiner als 0. Und da müssen wieder eure Alarmglocken klingeln. f' ist 0, f' ist kleiner 0. Das hatten wir ja so ähnlich schon mal. Das ist nämlich die hinreichende Bedingung. Aber diesmal mit kleiner 0 und nicht mit größer 0. Das heißt, das hier ist die hinreichende Bedingung für Hochpunkte. Und das heißt für uns, wenn wir jetzt nämlich hier den Graphen der Funktion zeichnen sollen in das Koordinatensystem, dass wir diese beiden Dinge berücksichtigen müssen. f' von 0 ist 2. Das heißt, wir müssen hier schon mal durch 2 an der y-Achse durchgehen. Einen Hochpunkt bei minus 1 haben heißt, ich kann hier schon mal so einen kleinen Buckel irgendwie andeuten. Ja, und dann könnt ihr euch den Rest der Funktion tatsächlich selber ausdenken. Ich könnte also ganz easy so was wie eine Parabel vielleicht zeichnen. So ungefähr. Ich könnte mir aber auch überlegen, dass ich hier vielleicht so hoch komme und dann da durch die 2 durchgehe und danach irgendwie so e-funktionsartig mich an die x-Achse annähere. Das ist alles euch überlassen. Ihr könnt euch hier die verrücktesten Sachen ausdenken. Hauptsache, ihr habt irgendwie einen Hochpunkt, egal wie hoch, bei minus 1. Geht hier durch 2 und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, es gibt also viele, viele Möglichkeiten, hier diese Aufgabe zu lösen und diese zwei Pünktchen mitzunehmen. Bei der Aufgabe 2 gibt es jetzt aber nicht so viel Spielraum. Da muss man jetzt nämlich wieder ganz konkret Werte bestimmen. Und zwar wird uns gesagt, dass eine Funktion die Eigenschaften von gerade auch erfüllen soll und dass der Funktionsterm so aussieht. Irgendwie so ein f von x gleich minus 0,5 x hoch 4 plus bx plus c. Das ist also sozusagen ein Grundgerüst, das uns gegeben ist und gesucht ist jetzt b und c, sodass eben diese Eigenschaften 1 und 2 erfüllt sind. Nochmal zur Erinnerung, die Eigenschaften waren erstens, wir haben den y-Achsenabschnitt bei 2 und zweitens, wir haben einen Hochpunkt bei minus 1. Und y-Koordinate, die kennen wir nicht. Ja, und da müssen wir jetzt so vorgehen, dass wir erstmal sagen, okay, wir haben unser Grundgerüst und das müssen wir jetzt ja irgendwie auch ableiten, weil es jetzt ja nicht nur um f, sondern auch um f' und theoretisch sogar ein bisschen um f' geht. Also leiten wir das Ding hier ab, einmal erstmal, dann haben wir hier minus 2x hoch 3 plus b und dann können wir es, wenn wir wollen, auch nochmal ableiten, da kann man gleich dann auch was prüfen, dann kommen wir auf minus 6x² und das b fällt dann weg. Ja, und jetzt können wir gucken, dass wir ja diese Infos irgendwie hier einbauen müssen. Also die Infos müssen wir irgendwie in Gleichungen übersetzen. Bei uns also, wenn wir bei erstens hier sagen, f von 0 ist 2, dann heißt das für uns, dass f von 0, also minus 0,5 mal 0 hoch 4 plus b mal 0 plus c ist und das ist einfach c. Und wenn das jetzt 2 sein soll, dann müssen wir schon mal, alles klar, unser c muss 2 sein. Und das können wir jetzt gleich nutzen mit der zweiten Info. f' von minus 1 soll ja 0 sein. Das heißt bei uns also, f' von minus 1 ist minus 2 mal in Klammern minus 1 hoch 3 plus b und das wiederum ist minus 2 mal minus 1 mal minus 1 mal minus 1 plus b und da seht ihr schon, könnt ihr immer so Minuspäckchen bilden. Minus 2 mal minus 1 ist ja wieder positiv. Minus 1 mal minus 1 ist positiv. Das heißt insgesamt ist das positiv und dann kommt da einfach raus 2 plus b. Und darüber wissen wir jetzt, weil es ja eben unser f' von minus 1 ist, dass insgesamt das Ganze 0 sein muss. Also weiß ich, 2 plus b soll 0 sein und da kann ich dann eben die 2 rüberholen mit minus 2 und finde raus, dass b minus 2 sein muss. Und damit haben wir jetzt schon hier im dritten Schritt alles gefunden und können einmal die Funktionsvorschrift hinschreiben. Das heißt wir haben f von x ist minus 0,5 x hoch 4 minus 2x und plus 2. Und dann könnte man, wenn man wollte, aber das muss man natürlich nicht in dieser Aufgabe noch gucken, ob das mit f' auch hinhaut. Also ob f' von minus 1, so wie das hier gefordert war, auch negativ ist. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr es prüft, das passt. Ja und damit haben wir auch diese Analysisaufgabe erfolgreich hier hinter uns gebracht. Das ist jetzt schon hilfsmittelfreie Aufgabe 4, die letzte Analysisaufgabe aus dieser Klausur. Und darin geht es jetzt nochmal ganz schick um e-Funktionen. f von x gleich 2x plus 3 in Klammern mal e hoch minus 0,5 x. Und netterweise haben wir hier auch eine Skizze von dieser Funktion f dargestellt. Die erste Aufgabe ist, wir sollen nachweisen, dass das hier eine Stammfunktion ist. Also dass das hier die Aufleitung sozusagen von unserer Funktion f ist. Und was wir da machen? Bei der Aufgabe 4,1 ist erstmal, wir schreiben uns hin, was ist eigentlich gegeben? Unsere Funktion f. Und was ist zu tun? Na ja, wir müssen etwas zeigen, also es ist quasi eine Beweisaufgabe. Also zu zeigen ist, dass Groß f von x eine Stammfunktion von Klein f von x ist. Und das heißt für euch immer, dass ihr im Prinzip zwei Möglichkeiten habt. Weil wenn ihr von Klein f von x zu Groß f von x kommen wollt, dann müsst ihr aufleiten. Ihr könntet also Klein f irgendwie aufleiten und dann bei Groß f ankommen und sagen, jo, das passt. Ist aber ziemlich schwierig, so eine verkettete, im Produkt auch noch stehende E-Funktion aufzuleiten. Deswegen machen wir es andersrum. Anstatt zu zeigen, dass Klein f aufgeleitet Groß f ist, zeigen wir lieber, dass Groß f abgeleitet Klein f ist. Das heißt also, wir zeigen Groß f' von x ist wieder Klein f von x. Und so läuft das immer bei solchen Aufgaben. Das heißt, wir schnappen uns hier unser Groß f, erinnern uns nochmal daran, wie es aussah. Das gehört ja auch hier zu den gegebenen Sachen mit dazu. Und dann bilden wir die Ableitung f' von x, indem wir sagen, na ja, bei so einer Funktion hier müssen wir den ersten Teil als u benennen, den zweiten Teil als v und dann wenden wir die Produktregel an. Und die geht so, die müsst ihr unbedingt wissen, u' mal v plus v' mal u. Also das eine abgeleitet mal das andere nicht und dann das Ganze wieder andersrum. Starten wir mit u', das ist einfacher. Die Ableitung von minus 4x minus 14 ist nämlich einfach minus 4. Dann kommt mal v, können wir einfach abschreiben, mal e hoch minus 0,5x. Dann kommt plus Ableitung von v. Und da brauchen wir die Kettenregel. Die Ableitung der e-Funktion ist nämlich mit Kettenregel alles wieder hinschreiben, mal Ableitung vom Exponenten, also mal minus 0,5. Und jetzt noch mal das Ganze u, also mal minus 4x minus 14. So, soweit so gut erstmal. Jetzt müssen wir noch eine kleine Beautykur machen, weil das Ganze sieht ja noch nicht so aus, wie wir es eigentlich haben wollen. Und das geht bei e-Funktionen immer so, dass man diesen e-Teil sich nimmt und den ausklammert. Ich schreibe ihn also hier einmal fett vor so eine Klammer. Und dann mache ich die große Klammer dahin und überlege, was ich alles noch habe, wenn ich das e hoch minus 0,5x wegnehme, so klaue sozusagen. Und das könnt ihr auf dem Papier in der Klausur immer am besten mit Zuhalten machen. Dass ihr sagt, okay, ihr haltet das hier zu und guckt, was bleibt stehen. Minus 4 und dann kommt schon das Plus. Jetzt wird das hier zugehalten und dann steht da minus 0,5 mal minus 4x minus 14. Dann könnt ihr euch dieses Zuhalten auch wieder rückgängig machen. Das war hier nur für den Moment, dass man besser sehen konnte, was in die Klammer muss. Und dann kann man gucken, dass man diese Klammer noch ein bisschen vereinfacht. Minus 4 haben wir dann nämlich. Diese minus 0,5 geht jetzt hier auf jeden Teil in der anderen Klammer drauf. Also plus 2x wird da draus und plus 7. Und dann kann man nämlich wunderbar noch hier diese beiden Zahlen miteinander zusammenfassen. Das x kann man nicht mit verrechnen, weil man nur Sachen verrechnen darf, die dieselbe Einheit haben. Also haben wir dann hier 3 plus 2x. Und das sollte euch bekannt vorkommen, weil wenn ihr zurückgeht, e hoch minus 0,5x mal in Klammern 3 plus 2x, das ist tatsächlich genau diese Funktion hier, die ihr am Anfang hattet. Bisschen andersrum gedreht, aber das macht nichts. Das ist hier euer f von x. Also hakt ihr ab und dann könnt ihr sagen, alles klar, Groß f von x ist tatsächlich eine Stammfunktion von klein f von x. Und ich habe ganz bewusst gesagt, eine Stammfunktion und nicht die Stammfunktion. Das haben wir ja wunderbar auch in der anderen Aufgabe vorhin gesehen. Es gibt nämlich unendlich viele und das ist nur eine einzige von unendlich vielen Stammfunktionen, die es für dieses kleine f eben geben würde. Gut, schauen wir uns die nächste Aufgabe an. Da ging es jetzt um so ein verrücktes Integral. Untersuchen sie, haben sie uns gesagt, ob für jede reelle Zahl k größer 0 gilt, dass das Integral von 0 bis k über meine Funktion hier kleiner als 14 ist. Heißt also, wenn ihr euch überlegt, ihr nehmt die Fläche von 0 bis k, sagen wir mal k wäre 4 vielleicht, dann wäre es die Fläche von 0 bis hier, bis zu dieser Linie, bis zu 4. Und dann fragen die uns jetzt, ob diese Fläche kleiner als 14 Flächeneinheiten ist. Und das machen die aber nicht für ein konkretes k, wie ich jetzt so getan habe, sondern die sagen, ob es für jedes k so ist. Das heißt, ihr könnt diese Linie beliebig weit nach hinten schieben sozusagen und beliebig weit diese Fläche hier noch nach rechts betrachten. Also für alle Zahlen, die es da irgendwie gibt, ist diese Fläche immer kleiner als 14 oder wird die irgendwann mal größer? Ja, und das kann man so pauschal natürlich nicht direkt beantworten. Da muss man sich dieses Integral mal genauer vorknöpfen. Und dafür nehmen wir das direkt mal mit und schreiben uns das hier unten nochmal hin bei der Aufgabe 4.2 als gegeben. Außerdem wissen wir, dass k aus den reellen Zahlen kommt. Das heißt, es könnte jede beliebige Kommazahl sein. Es könnte so etwas Verrücktes sein wie pi, was halt Kommazahl ist, aber nicht irgendwie endet. Und es könnte auch irgendwie ein Bruch oder sonst was sein. Aber wir wissen auch, es ist auf jeden Fall größer als 0. Also was Negatives oder 0 könnte es nicht sein. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir mit diesem Integral kommen, wenn wir mit dieser Funktion einfach rechnen und das k halt als Buchstaben damit drin lassen. Unsere Funktion, die kennen wir ja. 2x plus 3 in Klammern e hoch minus 0,5x. Da kommt dann noch ein dx dahinter. Und dann müsst ihr euch erinnern, beim Integrieren macht man eckige Klammern als nächstes und dann schreibt man die Stammfunktion dahin. Und die kennen wir jetzt ja netterweise, weil wir die in 4.1 schon geschenkt bekommen haben. Das hier ist sie. Und so wird es meistens bei e-Funktionen sein, dass ihr im Aufgabenteil vorher nachweist, dass die Stammfunktion auch eine Stammfunktion ist und dann im nächsten Teil mit dieser Stammfunktion weiter rechnen müsst. Ja, und die Grenzen 0 und k, die schreiben wir einfach hin. Lasst euch also nicht ins Boxhorn jagen. Wenn ihr so ein k seht, ihr könnt damit genauso rechnen wie mit Zahlen auch und dann irgendwann werdet ihr halt irgendwie was damit machen müssen. Aber fürs Erste behandeln wir das wie jede normale Zahl auch und sagen, ja, wenn wir hier unsere Stammfunktion große f von x drin stehen haben, dann rechnen wir jetzt einmal Groß f mit oberer Grenze eingesetzt minus Groß f mit unterer Grenze eingesetzt. Heißt also, minus 4, wenn wir jetzt k einsetzen, steht einfach überall da, wo x war, ein k und dann setzen wir eine 0 ein. Minus also, Achtung, Klammern, das ganze Ding hier mit 0 eingesetzt und dann könnt ihr euch schon denken, kommen jetzt noch ein paar Rechenregeln für e-Funktionen. Den ersten Teil hier, den können wir nämlich gar nicht vereinfachen. Da können wir überhaupt nichts verrechnen, außer vielleicht hier das Malpünktchen wegzulassen. Und hier kommt jetzt minus 4 mal 0 ist weg. Minus 14, also bleibt nur eine minus 14 da stehen, mal e hoch minus 0,5 mal 0, also mal e hoch 0. Und da müsst ihr wissen, ganz, ganz wichtige Sache, alles hoch 0, egal ob 10 hoch 0 oder 1000 hoch 0 oder irgendwas Negatives wie minus 5 hoch 0, alles hoch 0 ist immer 1. Das heißt, hier kommt überall 1 raus und so ist es auch mit e, weil e ist ja einfach 2,71 irgendwas und 2,71 irgendwas hoch 0, also e hoch 0 ist genauso wie alle anderen Zahlen hoch 0 auch 1. Aufpassen muss man nur bei 0 hoch 0, das ist ein Problem, aber das ist eine andere Sache. Hier bei uns ist alles easy, wir können es also so abschreiben hier, wie es ist. Und in der Klammer steht einfach da, wo e hoch 0 ist, eine 1, also minus 14 mal 1. Und das heißt, in der Klammer bleibt minus 14 stehen, mit dem Minus davor wird es zu plus, also plus 14. Und das ist auch gut, weil unsere Frage war ja, ob das Ganze hier kleiner als 14 ist oder nicht. Und da können wir jetzt eigentlich ganz gut argumentieren. Wenn wir nämlich das hier angucken und wir setzen für das K etwas ein und wir wussten ja, dass das K größer als 0 ist, dann muss das Ganze hier, weil K positiv ist, auf jeden Fall negativ sein. Weil stellt euch vor, minus 4 mal irgendwas Positives ist auf jeden Fall negativ, dann nochmal 14 abgezogen, ist noch negativer, also ist auf jeden Fall diese ganze Klammer negativ. Und bei dem e-Teil, e hoch minus 0,5, könnte man ja auch denken, das ist negativ. Aber stellt euch mal zum Beispiel K gleich 2 vor, dann steht da e hoch minus 0,5 mal 2, also e hoch minus 1. Und das kann man umschreiben mit den Rechenregeln a hoch minus b ist gleich 1 durch a hoch b. Also steht da eigentlich hier 1 durch e hoch 1. Positiv durch positiv ist natürlich positiv und damit ist dieser e-Teil hier immer positiv. Und jetzt seht ihr schon, wird was Negatives, die Klammer, mit was Positives dem e-Teil multipliziert, also ist dieser Teil insgesamt hier negativ. Und wenn man was Negatives dann plus 14 rechnet, ist das natürlich insgesamt kleiner als 14. Also für uns, für die Argumentation, können wir einmal schreiben, da die Klammer negativ ist und e hoch minus 0,5 k positiv und das nämlich für alle k's, die wir uns irgendwie vorstellen können, ist dieses Integral, was wir betrachten, auf jeden Fall kleiner als 14. Und zwar für alle k größer als 0. Und damit haben wir die Aufgabe auch geschafft und kommen zum Thema analytische Geometrie. Also Vektoren. Zwei Aufgaben. Zwei wirklich schöne Aufgaben. Erste Aufgabe. Wir kriegen eine Ebene e mit e-Doppelpunkt x1 plus 3x2 plus 2x3 gleich 6. Also eine Ebene in Koordinatenform. Und dann sind sie sehr nett zu uns und sagen uns nochmal, was die Spurpunkte sind. Das sind nämlich die Schnittpunkte der Ebene mit den Koordinatenachsen. Und sie verraten uns sogar den Spurpunkt mit der x1-Achse, nämlich s1, 6, 0, 0. Und das können wir auch direkt mal einzeichnen. Wir haben hier alles gegeben, müssen nur noch ein bisschen hier die Skalierung ergänzen. und dann wissen wir direkt, okay, s1, der liegt hier, schneidet die x1-Achse also bei 6. Und wir sollen jetzt, das ist die Aufgabe, die Koordinaten der anderen beiden Spurpunkte, s2 und s3, angeben. Könnten das also theoretisch ganz schnell machen, ohne eine Rechnung zu zeigen. Und dann sollen wir noch das Dreieck, das durch diese drei Koordinatenschnittpunkte entsteht, in dieses Koordinatensystem einzeichnen. Ja, und dafür muss man sich klar machen, wie man diese Punkte findet. Und wir sehen schon einen großen Hinweis hier, den Schnittpunkt mit der x1-Achse haben wir bekommen, in dem x2 und x3 hier gleich 0 gesetzt wurden. Und so läuft es hier mit den anderen Achsen auch. Wenn wir den Schnittpunkt s2 mit der x2-Achse berechnen wollen, dann muss nämlich x2 irgendwie so einen Wert haben und die anderen beiden, x1 und x3, müssen 0 sein. Und wenn man irgendwie die x3-Achse schneiden will, also s3 sucht, dann müssen dementsprechend x1 und x2 0 sein und hier muss irgendwie sowas stehen. Das ist ein bisschen wie Nullstellen und y-Achsenabschnitt berechnen im Zweidimensionalen, nur halt mit einer dritten Achse. Ja, und das versuchen wir jetzt mal, dass wir hier sagen, bei Aufgabe 5.1 ist uns gegeben, die Ebenenvorschrift E-Doppelpunkt, x1 plus 3x2 plus 2x3 gleich 6 und wenn wir jetzt den Schnittpunkt s2 mit der x2-Achse haben wollen, dann müssen wir x1 und x3 gleich 0 setzen und das heißt, wir kommen hier auf 0 plus 3x2 plus 2 mal 0 gleich 6 und dann sieht man schon, kann man hier auflösen, 3x2 ist 6, man teilt kurz durch 3 und kommt dann auf x2 gleich 2. Genauso machen wir es, wenn wir den Schnittpunkt mit der x3-Achse haben wollen, nur dass wir da dann eben x1 und x2 gleich 0 setzen. Man setzt also immer die Achsen gleich 0, die man nicht haben möchte, heißt bei uns haben wir dann hier 0 plus 3 mal 0 plus 2x3 ist 6, 2x3 ist also 6 und wir teilen durch 2 und kommen auf x3 gleich 3. Und so sieht man schon direkt, dieser Spurpunkt mit der x2-Achse ist 0, 2, 0 und der mit der x3-Achse, also S3, ist 0, 0, 3. Und als Abkürzung, wenn ihr das nicht so ausführlich hier rechnen wollt, weil man ja nur angeben muss, kann ich euch verraten, ihr kriegt den Spurpunkt immer, indem ihr hier dieses Ergebnis, dieses d nenne ich es mal, durch den Vorfaktor des jeweiligen Achsendings hier teilt. Also wenn ich den Schnittpunkt mit der x2-Achse haben will, nehme ich mir das d, die 6 und teile es durch den Vorfaktor von x2, also durch 3 und ihr seht, ich komme auf 2. Diese 2 hier hätte ich also auch direkt sehen können sozusagen. Oder hier, für diese 3 hätte ich genau das gleiche gemacht, ich hätte mir das d genommen, die 6 und durch den Vorfaktor von x3 geteilt, also durch 2 und wäre dann auch auf 6 durch 2 gleich 3 gekommen. Ja, und so hätte man da auch viel Zeit sparen können, weil es ja nur angeben und nicht berechnen war. Gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Wenn wir also das hier einzeichnen, wäre hier die 2 und dementsprechend auch schon hier unser Achsenschnittpunkt. Und hier müssten wir auch noch ein bisschen ergänzen, 2, 3 und zack, da wären wir auch schon, da wo die Achse x3 geschnitten wird, bei 0, 0, 3. Wenn man will, kann man jetzt hier natürlich noch ein bisschen die Achsen zu Ende skalieren, aber das war nicht gefordert, wir sollen nur einzeichnen, also verbinden wir jetzt hier, wie wir es machen sollten, noch diese 3 Spurpunkte zu einem Spurdreieck und wenn man es hübsch machen will, kann man das hier noch einmal kurz schraffieren. Ja, und dieses Spurdreieck, das ist jetzt halt eine tolle Sache, um diese Ebene E zumindest ausschnittsweise darzustellen, weil, naja, die geht natürlich hier unendlich eigentlich in alle Richtungen noch weiter. Und damit geht jetzt auch die nächste Aufgabe weiter mit dieser Ebene E hier. Da wird nämlich jetzt gesagt, es gibt unendlich viele Geraden, die parallel zu E sind und durch so einen konkreten Punkt 2, 5, 7 verlaufen und wir sollen eine von diesen unendlich vielen Geraden bestimmen, also eine Geradengleichung aufstellen. Und da kann man, wenn man will, sich diesen Punkt zur Verdeutlichung erstmal einzeichnen. Skizzen sind nämlich eigentlich immer, immer hilfreich, wenn man solche Aufgaben hier verstehen will. Also der Punkt 2, 5, 7, der kommt ja zwei Einheiten nach vorne, dann geht der fünf Einheiten nach rechts, also irgendwie so, 1, 2, 3, 4, 5 und dann geht der sieben Einheiten nach oben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also der schwebt ungefähr hier, dieser Punkt P, schon mehr oder weniger außerhalb vom Koordinatensystem. Und jetzt wird gesagt, es gibt unendlich viele Geraden durch diesen Punkt P, die zur Ebene E, also zu diesem blauen Dreieck auch, parallel verlaufen. Und dafür würde ich mir nochmal eine andere Skizze machen, damit ihr euch das Ganze klar macht. Ihr könnt euch dafür vorstellen, dass dieses Dreieck S1, S2, S3 irgendwie hier auf dem Boden liegt und vielleicht so ein Pool oder sowas ist. Also irgendwie so ein dreieckiger Swimmingpool vielleicht. So. Und dieser Punkt P, der schwebt jetzt ja irgendwie oberhalb von dieser Ebene, oberhalb von diesem Swimmingpool. Und dass es jetzt unendlich viele Geraden durch P gibt, die parallel zur Ebene E, also auch zu diesem Dreieck hier sind, das bedeutet einfach, im Sachkontext jetzt besprochen, dass man unendlich viele Lichterketten spannen könnte, die alle überall denselben Abstand zu unserem Pool haben. Also man könnte sich ganz viele verschiedene Lichterketten hier aufhängen, die alle durch den Punkt P durchgehen. Und dass diese Geraden eben alle parallel zu dem Pool sind, bedeutet, wenn man den Pool sich als Fläche anguckt und die Lichterkette, die da drüber fliegt, dass die eben genau waagerecht da drüber hinweg schießt, über dieser Ebene. Dass also der Abstand von dieser Lichterkette zum Pool an jeder Stelle gleich groß ist. So. Und jetzt seht ihr schon, wenn man diese Lichterkette eben noch drehen kann in ihrer Ausrichtung, gibt es unendlich viele. Wir nehmen uns jetzt einfach mal diese hier raus. Es gibt ganz viele mögliche Lösungen, aber ich schnappe mir diese Lichterkette, die genau parallel zur Poolkante S1, S2 ist. Und das ist jetzt eben meine Idee, dass ich sage, okay, diese Gerade G, Doppelpunkt, Vektor X ist gleich, die nehme ich und verpasse ihr als Stützvektor den Punkt P, also 2, 5, 7, weil hier in der Aufgabe 5, 2 war ja der Punkt P, 2, 5, 7 gegeben und wenn ich den als Stützvektor nehme, kann ich halt ganz sicher sein, dass meine Gerade da durch geht und dann nehme ich als Richtungsvektor den Vektor S1, S2, weil dann kann ich ganz sicher sein, dass meine Lichterkette wirklich parallel zum Pool ist und perfekt, waagerecht, im selben Abstand über diesen Pool hinweg gespannt wird. Also bei mir 2, 5, 7 plus R mal jetzt kommt ein Verbindungsvektor, da müsst ihr immer rechnen Ende minus Anfang, also S2 minus S1 und S2 war 0, 2, 0, dann kommt minus, minus, minus und S1 war 6, 0, 0, das heißt, was da jetzt für mich rauskommt, ist 2, 5, 7 plus R mal minus 6, 2, 0. Ihr hättet aber auch jede beliebige andere von diesen unendlich vielen Graden euch nehmen können, ihr hättet also sagen können, ihr nehmt P als Stützvektor und vielleicht S3, S2 als Richtungsvektor, dann hättet ihr hier eine Lichterkette erwischt, die parallel zu dieser S3, S2-Kante vom Pool verläuft, aber ihr hättet noch ganz viele andere Möglichkeiten gehabt, ihr hättet auch sagen können, ihr nehmt euch hier den normalen Vektor der Ebene, den kriegt ihr ja immer mit den Vorfaktoren, also hier vor X1 steht ne 1, vor X2 steht ne 3, vor X3 steht ne 2, 1, 3, 2 wäre also hier der normalen Vektor gewesen, dann hättet ihr euch einen beliebigen Richtungsvektor für die Gerade aussuchen können, der einen rechten Winkel mit 1, 3, 2 aufspannt, also wenn ihr sagt 1, 3, 2 soll einen rechten Winkel mit eurem Richtungsvektor aufspannen, hättet ihr zum Beispiel sagen können, naja, da muss das Skalarprodukt ja 0 sein von meinem Richtungsvektor und das funktioniert zum Beispiel, wenn ihr eine Koordinate 0 setzt und dann hier eine von denen negativ macht und die andere genau gleich wählt, also minus 1, 3, 0 wäre zum Beispiel gegangen oder 0 minus 3 2 wäre gegangen, also irgendeinen Richtungsvektor hättet ihr euch aussuchen können, der mit dem normalen Vektor der Ebene im Skalarprodukt 0 ergibt, das wäre also auch sehr schick gewesen. Gucken wir uns die nächste Aufgabe an, da geht es jetzt wieder um analytische Geometrie, die zweite analytische Geometrie Aufgabe und schon wieder kriegt ihr eine Ebene und schon wieder ist die in Koordinatenform. Solltet ihr die Koordinatenform im Unterricht gar nicht gehabt haben, springt einfach direkt zur höchstmittelfreien Aufgabe Nummer 8, das ist dann Stochastik und da kommt sowas natürlich nicht mehr vor, sondern da kommt wieder alles dran, was ihr auch können müsstet, Baumdiagramme nämlich. Aber das schauen wir gleich an. Erstmal wird uns gesagt, dass wir eine Zahl a angeben sollen, für die der Punkt a mit den Koordinaten klein a 0 minus 1 in der Ebene e liegt. Und das ist natürlich, müsst ihr direkt sehen, eine Punktprobe, die da von euch gefordert ist. Das heißt, ihr schreibt euch hin, bei der Aufgabe 6.1, da ist gegeben erstmal die Ebene, außerdem dieser Punkt a mit den Koordinaten a 0 minus 1 und gesucht ist jetzt klein a und zwar so, dass groß a ein Element der Ebene ist, also dass der Punkt a in der Ebene e drin liegt. Und da machen wir, wie gesagt, eine Punktprobe und setzen a in e erstmal ein. Das heißt, wir haben hier e Doppelpunkt 2 mal x1 ist 2 mal a plus 2 mal x2 ist 2 mal 0 plus x3 ist also hier plus minus 1 und das Ergebnis soll 3 sein. Ganz wichtig, ich habe es mit Absicht falsch gemacht, hier darf dann kein e Doppelpunkt mehr stehen, weil sobald ihr in eine Ebene einsetzt, ist es keine Ebene in dem Sinne mehr, sondern einfach nur noch eine Gleichung. Also das hier muss weg. Ja, dann könnt ihr es ein bisschen vereinfachen, 2a minus 1 ist dann nämlich 3, ihr rechnet plus 1 und kommt auf 2a ist gleich 4, teilt durch 2 und seht dann, dass a gleich 2 sein muss und hättet ihr das ohne Rechnung sehen können, dass a gleich 2 ist, hättet ihr es auch direkt hinschreiben müssen, also einfach es gilt a gleich 2 ohne zu rechnen, weil es hätte euch dann nur Zeit gekostet, weil ihr wisst ja, dieser Operator geben sie an, der will keine Rechnung sehen, dafür müsste da berechnen stehen, bei geben sie an heißt es schreiben sie es hin und wie sie drauf gekommen sind interessiert uns nicht. Gut, Aufgabe 6.2 da muss man jetzt die Koordinaten von einem Punkt S bestimmen und das soll der Schnittpunkt unserer Ebene E mit der geraden G sein, die senkrecht auf E steht und durch den Punkt B 134 verläuft und das ist wieder so was ganz wichtig, macht euch dazu eine Skizze, das ist eindeutig auch ich wenn ich das so lese kann nicht sofort verstehen was die von mir wollen aber wenn ich es mir zeichne kann ich es mir super vorstellen ich habe also den Punkt S und es ist der Schnittpunkt von meiner Ebene E also zeichne ich schon mal so eine Ebene das soll E sein irgendwo ist der Punkt S in dieser Ebene und es ist der Schnittpunkt von meiner Ebene rechten Winkel muss meine Gerade G sein hier also habe ich einen rechten Winkel und diese Gerade G soll außerdem durch den Punkt B 134 verlaufen wo der ist keine Ahnung aber ich mache ihn einfach mal irgendwie so hierhin 134 ja und genau diese Ebene die nehme ich mir jetzt direkt mal mit diese Skizze hier und zeichne sie darunter und dann verschaffe ich gegeben eindeutig ist die komplette Ebenen Vorschrift also hier mein E dann ist gegeben der Punkt B also hier der irgendwie auf der geraden G liegen soll außerdem weiß ich noch dass G irgendwie senkrecht zu E ist und dass dieses B ein Element von G ist so und jetzt kann ich mir überlegen dass dieser Punkt S der gesucht ist ja der Schnittpunkt von G und E ist also diesen Schnittpunkt raus zu finden und dafür muss ich natürlich im ersten Schritt mir die Geradengleichung einmal aufstellen aber das ist gar nicht so schwer in dieser Aufgabe weiß ich ja so viel über diese gerade G dass ich die eigentlich direkt runterschreiben kann G soll durch B gehen das kann ich sicherstellen indem ich einfach B als Stützvektor nehme dann weiß ich dass G einen rechten Winkel Faktor von dieser Ebene direkt als Richtungsvektor für G nehmen und das lese ich ab an den Vorfaktoren 2,2 und 1 also 2,2,1 ist mein Richtungsvektor und damit habe ich schon mal die Geradengleichung aufgestellt im nächsten Schritt sage ich mir ich habe ja die Ebene in Koordinatenform das heißt ich muss hier auch aus diesem Vektor x die einzelnen Teile rausziehen also Vektor x steht ja immer für x1 x2 x3 und das heißt ich kann hier meine Gerade in so ein Gleichungssystem umwandeln die erste Koordinate ist dann 1 plus 2 r die zweite ist 3 plus 2 r und die dritte ist 4 plus 1 r und das sind jetzt Sachen x1 x2 und x3 die kenne ich weil die hier in der Ebene vorkommen und das heißt die kann ich jetzt genau an die Stelle einsetzen also zweiter Schritt g in e einsetzen und dann haben wir gerade gelernt dürfen wir nicht mehr e Doppelpunkt schreiben sondern machen einfach eine Gleichung 2 mal x1 ist 2 mal 1 plus 2 r plus 2 mal x2 ist 3 plus 2 r plus jetzt habe ich gar keinen Platz mehr x3 ist 4 plus 1 r und das Ergebnis soll 3 sein jetzt kann ich das Ganze hier noch ein bisschen vereinfachen und sagen okay diese 2 geht auf jeden Teil in der Klammer drauf und die hier auch also komme ich auf 2 plus 4 r plus 6 plus 4 r plus 4 plus 1 r gleich 3 dann dann ich alles was hier mit zahlen ist 2 und 6 und 4 nämlich zusammenfassen und komme auf 12 alles was mit r ist kann ich zusammenfassen 4 und 4 und 1 also komme ich auf 9 r das Ganze soll 3 sein dann ziehe ich mir noch die 12 rüber komme darauf dass 9 r gleich minus 9 ist teile durch 9 und dann habe ich dass hier mein r minus 1 ist und das ist ja der parameter aus der geradengleichung also r gleich minus 1 kann ich jetzt zurück wieder hier an die Stelle in die gerade einsetzen also dritter Schritt ich sage einsetzen in g und auch da müsst ihr das gleiche beachten wie vorhin sobald ich hier für das r jetzt eine minus 1 einsetze ist das keine geradengleichung mehr ich darf also nicht mehr g doppelpunkt davor schreiben vektor x könnte ich schreiben ich könnte aber auch noch spezifizieren und sagen das ist jetzt der ortsvektor der uns zum S führt und was daraus kommt ist 1 minus 2 also minus 1 dann 3 minus 2 also plus 1 und 4 minus 1 also 3 und wenn das der ortsvektor zum Schnittpunkt S ist dann muss der Punkt S eindeutig die gleichen Koordinaten haben aber nebeneinander geschrieben also minus 1 1 3 ist der gesuchte Schnittpunkt und damit knappe Kiste haben wir es gerade noch so geschafft vor der vorbereiteten Aufgabe 7 da geht es jetzt nämlich um die letzte Aufgabe aus der analytischen Geometrie die schaffen wir auch noch und dann kommt Stochastik und dann habt ihr es geschafft haltet durch ihr werdet sehen ihr seid viel viel schlauer wenn ihr diese ganze Klausur hinter euch gebracht habt uns wird gesagt für alle reellen Zahlen a also wieder alle Kommazahlen alle positiven Zahlen alles was wir einsetzen können dass wir uns irgendwie in der Schule denken können für alle diese reellen Zahlen a ist eine Ebene ea gegeben also quasi eine Ebenenschar und eine Gerade ga also quasi wieder eine Geradenschar und wir sollen erstmal zeigen dass es kein a gibt kein einziges für das dieses ga orthogonal zu ea verläuft also für die Vorstellung wenn ihr eine Ebene habt ea meinetwegen und ihr habt eine Gerade ga meinetwegen dann darf die nicht orthogonal sein heißt also wir haben keine Chance hier diese Situation zu erzeugen und die hätten wir wenn der normalen Vektor der Ebene ea parallel also kolinear ein Vielfaches von unserem Richtungsvektor der Geraden ga wäre das müsst ich in der Situation wissen also ihr müsst wissen wenn ga und ea orthogonal wären dann wären Richtungsvektor von ga und normalen Vektor von ea Vielfache voneinander also bei uns in der Aufgabe 7.1 wenn wir zu zeigen haben dass ga und ea eben nicht orthogonal sind niemals für kein a dann müssen wir einfach nur zeigen dass der Richtungsvektor von ga kein Vielfaches vom normalen Vektor von ea sein kann also schauen wir uns den normalen Vektor von ea an das sind ja hier immer die Vorfaktoren da also die 1 die 2 und das a 1 2 a ist also der normalen Vektor der Richtungsvektor den wir betrachten wollen ist der Richtungsvektor von ga verpassen wir dem also mal hier schön das Vektor anzeichen 1 2 plus a und minus 3 und jetzt schauen wir mal ob die Vielfache sein können das heißt wir gucken ob es so einen Faktor k gibt sodass eben k mal der eine meinetwegen 1 2 a dasselbe ist wie 1 2 plus a und minus 3 das ist immer das Prüfen von Vielfachheit es muss einen Faktor geben mit dem man den einen Vektor so strecken oder stauchen kann dass der andere Vektor dabei rauskommt also für uns wir machen ein LGS daraus und sagen die erste Zeile ist ja einfach 1k gleich 1 dann kommt 2k gleich 2 plus a und dann kommt ein bisschen komisch ka gleich minus 3 und da ist jetzt eigentlich ganz gut für uns dass die erste Zeile schon uns das Ergebnis sagt weil 1k ist ja einfach k das könnte ich also auch so stehen lassen und dann kann ich k hier in die anderen beiden Zeilen einsetzen also die erste in die zweite und auch in die dritte und dann steht da k gleich 1 2 mal 1 ist 2 wäre 2 plus a und hier steht a gleich minus 3 und da kommt jetzt der Widerspruch den wir brauchen jetzt sehen wir nämlich dass wenn wir hier minus 2 rechnen a gleich 0 sein müsste in der Mitte und unten müsste a aber minus 3 sein und das funktioniert nicht a kann nicht gleichzeitig 0 und minus 3 sein das heißt wir machen uns da so einen Widerspruchspfeil hin und sagen alles klar es kann kein k geben sodass diese gleichung hier erfüllt ist demnach sind diese beiden vektoren keine vielfachen voneinander und wenn diese beiden vektoren keine vielfachen voneinander sind dann gibt es also auch kein k sodass eben ga senkrecht zu ea ist und damit ist die aufgabe erledigt die nächste ist ähnlich fies da soll man untersuchen ob es einen wert für a gibt sodass die gerade ga und die ebene ea keinen gemeinsamen punkt haben und da müsst ihr euch überlegen wie eine gerade zu einer ebene überhaupt liegen kann es gibt mehrere möglichkeiten die ebene und die gerade könnten parallel zueinander sein das heißt diese gerade hat überall den gleichen abstand zu dieser ebene dann könnte es passieren dass diese gerade ga tatsächlich einfach irgendwie in der ebene ea drin liegt also dass sie sozusagen enthalten ist und dann gibt es noch die letzte Möglichkeit dass meine Ebene nämlich irgendwie von dieser geraden ga geschnitten wird und jetzt in unserer Aufgabe wollten wir ein a finden sodass ga und ea keinen gemeinsamen punkt haben hier in dem fall hätten die unendlich gemeinsame punkte hier in dem fall hätten die zumindest den schnittpunkt also genau einen gemeinsamen punkt das heißt in der Aufgabe wenn wir keinen gemeinsamen punkt haben wollen läuft es darauf hinaus dass ga und ea parallel sein müssten das heißt wenn die uns hier sagen untersuchen sie ob es einen wert für a gibt sodass die gerade ga und die ea keine gemeinsamen punkte haben dann heißt das dass ga und ea parallel sein müssten unsere frage bei 7.2 können wir also ein bisschen umformulieren und sagen gesucht ist a sodass eben ga parallel zu ea ist und das passiert genau dann hat natürlich wieder mit normalen vektor zu tun wenn der normalen vektor der ebene einen rechten winkel mit dem richtungsvektor der geraden einschließt weil ihr wisst ja die kann man alle komplett im raum verschieben das heißt auch hier diesen richtungsvektor der geraden können wir uns woanders hin vorstellen und ihr seht wenn wir ihn ein bisschen nach unten verschieben erkennt ihr genau was ich meine wir brauchen einen rechten winkel zwischen dem normalen vektor der ebene und unserem richtungsvektor der geraden dann wären die beiden parallel zueinander oder aber das wäre auch noch eine möglichkeit dann könnte ga auch noch in der e liegen weil da haben wir diesen rechten winkel zwischen normalen vektor und richtungsvektor perfekt auch das heißt wir müssen jetzt erstmal nach dem rechten winkel gucken und danach müssen wir noch zeigen dass es irgendwie einen punkt auf der geraden ga gibt der nicht zu e a gehört dann haben wir nämlich diese echte parallelität gezeigt und die Möglichkeit dass die gerade auch noch in und das machen wir also erster Schritt wir gucken erstmal ob es ein a gibt sodass wir diesen rechten winkel bekommen dafür nehmen wir uns jetzt eben wie gerade auch den normalen vektor den richtungsvektor und setzen die erstmal ins skalarprodukt das wäre dann 1 2 a im skalarprodukt mit 1 2 plus a minus 3 das können wir dann vereinfachen indem wir sagen naja oben mal oben ist 1 mitte mal mitte ergibt plus 4 plus 2 a und unten mal unten ergibt minus 3 a und das ganze müsste bei uns jetzt 0 sein damit wir erreichen was wir erreichen wollten ja und da können wir jetzt auflösen 1 plus 4 ist 5 also steht da 5 minus a gleich 0 und dann holen wir gleich a und das wäre jetzt also schon mal ein Kandidat in dem wir einen dieser beiden Fälle hier hätten um zu prüfen dass wir den linken Fall also diesen Parallelitätsfall haben müssen wir jetzt noch gucken dass es also einen Punkt auf ga gibt der nicht in ea liegt und dafür nehmen wir uns natürlich den Stützvektor von ga also 1 0 0 und gucken ob der in ea drin liegt oder nicht also zweiter Schritt Punktprobe mit 1 0 0 und natürlich nicht mehr allgemein in ea sondern jetzt in e5 schreiben wir sie nochmal auf e5 sähe dann so aus wie ea nur statt einem a halt eine 5 zur Erinnerung hier nochmal ea das heißt e5 ist dann x1 plus 2 x2 plus 5 x3 gleich 5 wenn wir die Punktprobe machen denkt dran dürfen wir e5 Doppelpunkt nicht mehr hinschreiben sondern nur die Gleichung also 1 plus 2 mal 0 plus 5 mal 0 und dann gucken wir ob das 5 ist und ihr seht schon zum Glück aber auch das klappt nicht hier steht 1 gleich 5 das wäre ein fetter Widerspruch damit wissen wir der Punkt 1 0 ist nicht in e5 und dann wissen wir dass diese gerade die ja eben noch entweder drin oder eben parallel drüber hätte liegen können nach dieser Sache mit dem rechten Winkel dass die sicher drüber liegt weil der Punkt 1 0 nicht zu e5 gehört und wenn ein einziger Punkt nicht drin liegt und wir wissen wir sind parallel naja dann müssen wir eben auch schon echt parallel sein und dann haben wir gezeigt dass es ein a gibt sodass g a also g5 dann eben und ea e5 keinen gemeinsamen Punkt haben also für a gleich 5 haben ea und g a keinen gemeinsamen Punkt ja und das war es mit Vektoren jetzt kommt nur noch Stochastik zwei schöne kurze Aufgaben die erste Aufgabe super simpel kriegt ihr bestimmt ganz schnell hin man soll das Baum Diagramm vervollständigen dafür muss man wissen dass sich diese Äste hier immer zu 1 ergänzen das ist der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit weil wenn ich nur zwei Möglichkeiten habe nämlich hier a und nicht a und a hat eine Wahrscheinlichkeit von 40% dann bleibt für nicht a 0,6 60% übrig so machen wir es hier auch wenn da 0,5 ist muss hier unten 0,5 hin ich glaube das ist easy für euch dann kann man hier mit Hilfe der Pfadregel den Rest ausrechnen das müsst ihr wissen die erste Pfadregel sagt entlang eines Pfades wird multipliziert das heißt mit Hilfe dieser Regel wisst ihr jetzt 0,4 mal 0,5 0,2 muss hier hin und ihr wisst auch rückwärts gerechnet sozusagen wenn hier 0,24 rauskommt und da 0,6 steht dann bleibt hier nur die Möglichkeit für 0,4 weil 0,6 mal 0,4 ist 0,24 und so könnt ihr dann hier wieder über die Regel von gerade 0,6 erschließen und entlang des Pfades hier noch ein letztes Mal multiplizieren dann seid ihr bei 0,36 wenn man sicher gehen will dass alles passt würde man jetzt noch einmal hier die Summe der Endpfade berechnen und wenn die dann aber es haut hin wenn die dann hier auf 1 endet dann passt alles check nächste Aufgabe 8.2 bisschen schwieriger bestimmen sie für das folgende Baumdiagramm denjenigen Wert für x für den p von d gleich 0,6 ist p von d das müsst ihr dafür wissen muss man erst noch berechnen p von d sind die Pfad Endwahrscheinlichkeiten von allen Pfaden die uns zu d führen aufaddiert also wir brauchen diesen Pfad der zu d führt wir brauchen diesen Pfad der zu d führt und dann addieren wir die beiden und dann kommt p von d raus also bei uns x mal 0,2 plus 1 minus x 8 in Klammern mal 0,7 das muss jetzt hier zusammengerechnet 0,6 ergeben das ist nämlich die zweite Pfadregel dass man weiß entlang eines Pfades wird multipliziert erste Pfadregel und danach mehrere Pfade werden immer addiert zweite Pfadregel also merkt euch das mehrere Pfade werden immer addiert und das führt uns dann zu einer Gleichung das ist eigentlich mehr Analysis als Stochastik wenn wir das sagen hier x mal 0,2 also 0,2x plus 1 minus x mal 0,7 gleich p von d also gleich 0,6 dann können wir das Ganze hier auflösen mit unseren ganz normalen Analysis Tools hier die 0,7 geht auf jeden Teil in der Klammer drauf also 0,7 minus 0,7x gleich 0,6 dann verrechnen wir die Sachen mit den gleichen Einheiten also hier die x mit den x und kommen auf minus 0,5x dann holen wir die 0,7 rüber mit minus 0,7 also immer gegen Rechenzeichen heißt wir haben hier minus 0,1 dann teilen wir noch durch minus 0,5 und das ist wahrscheinlich das schwerste an der Aufgabe ist ja hilfsmittelfreier Teil man muss sich jetzt überlegen wie oft passt die 0,5 in die 0,1 rein nicht so leicht neben Rechnung die ihr machen könntet wäre minus 0,1 geteilt durch minus 0,5 minus durch minus ist ja auf jeden Fall plus also 0,1 durch 0,5 und dann könnt ihr überlegen dass das ja als Bruch auch geschrieben werden kann ein Zehntel geteilt durch ein Halb und durch einen Bruch teilen ist immer wie mit dem Kehrbruch multiplizieren also ein Zehntel mal zwei Eintel und das macht oben mal oben unten mal unten zwei Zehntel also ein Fünftel oder eben einfach 0,2 und das ist die Lösung also hier x muss 0,2 sein und damit könnt ihr jetzt hier die Antwort geben Frage war ja für welchen Wert von x ist p von d 0,6 und dann können wir sagen für x gleich 0,2 ja und das war auch schon die erste Stochastikaufgabe halte durch zwei kommen noch die erste hier die noch kommt ist eine sehr fiese wie ich finde eine Multiple Choice Aufgabe und da muss man ganz ganz genau aufpassen ein sechsseitiger Spielwürfel wird fünfmal geworfen zack direkt denken etwas wird mehrfach gemacht da müsst ihr sofort an Binomialverteilung denken irgendetwas wie einen Würfel mehrfach zu werfen also wo eine Wahrscheinlichkeit auch immer die gleiche bleibt wie bei einem fairen Würfel hat meistens was mit Binomialverteilung zu tun wenn das ganze fünfmal passiert wisst ihr sofort ach ja Stichprobenumfang n gleich fünf und jetzt geht es auch noch darum wie viele Sechsen fallen also es geht um eine sozusagen um eine Anzahl und das ist immer ganz 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 eindeutig das Zeichen für Binomialverteilung wenn es um eine Anzahl von etwas geht defekte Schrauben oder Schwarzfahrer oder irgendwas oder eben hier Anzahl der Sechsen dann habt ihr so eine binomial verteilte Zufallsgröße und hier haben wir diese Binomialverteilung vor allem weil es eben ein Spielwürfel also ein fairer Würfel ist das heißt unsere Treffer Wahrscheinlichkeit P für eine Sechs ist immer ein Sechstel und wir haben stochastische Unabhängigkeit gegeben weil der Würfel merkt sich nicht was vorher passiert ist wenn ihr den werft ist die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs immer wieder ein Sechstel so und jetzt sollt ihr die Wahrscheinlichkeiten die da gegeben sind jeweils eintragen zu diesem Ereignis und das ist wirklich schwer also ihr müsst jetzt hier für jedes Ereignis entscheiden welche von diesen fünf gegebenen Wahrscheinlichkeiten passt und die sind natürlich so gemacht dass sie euch irgendwie aufs Glatteis führen wollen kleines Beispiel hier die dritte die könnt ihr sofort rauskicken weil das zielt nur darauf ab um zu gucken ob ihr den kleinen Unterschied erkennt dass fünf über zwei irgendwie anders und verwirrend schreiben ja und mein tipp bei sowas ist vergesst alles was hier steht das führt euch nur aufs glatteis das sorgt nur dafür dass ihr irgendwie so im affekt sagt oh das sieht richtig aus das schreibe ich dahin vergesst es lieber komplett und sagt ich überlege es mir erst mal selber es werden genau zwei Sechsen geworfen darüber wollen wir jetzt erst mal nachdenken ohne die Auswahl anzugucken und dafür holen wir uns noch mal wieder ins Gedächtnis was alles gegeben war gegeben war dass wir die Sache fünf mal machen diesen Wurf also n gleich fünf dass wir einen fairen Spielwürfel haben also p muss ein Sechstel sein dass es uns um die Anzahl der Sechsen geht ja und jetzt kann man sich komplett überlegen was das heißt wenn bei fünf mal werfen genau zwei Sechsen geworfen werden ist das sozusagen p von x gleich zwei die Anzahl der Sechsen soll zwei sein und so eine Gleichwahrscheinlichkeit hier die haben wir immer mit der Bernoulli Formel ausgerechnet also allgemein gesprochen n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k und bei uns wenn wir jetzt einsetzen n ist 5 k ist ja hier die 2 ist es also 5 über 2 mal p hoch k ist mal 1 Sechstel hoch 2 mal 1 minus p ist 1 minus 1 Sechstel also 5 Sechstel und n minus k ist 5 minus 2 also 3 und so wie ihr es jetzt da stehen habt könnt ihr nachdem ihr euch selber die Gedanken gemacht habt hervorragend vergleichen und sehen ob es passt und ihr werdet erkennen tatsächlich die 2 hier ist genau das was ich mir überlegt habe und dann setzt ihr das kreuzchen hierhin ohne irgendwie aufs glatteis geführt worden zu sein schnappen wir uns die nächste es wird mindestens eine sechs geworfen und auch das könnt ihr wieder genauso angucken ohne euch vorher von den auswahlmöglichkeiten verwirren zu lassen es wird mindestens eine sechs geworfen heißt also wenn ich mir auf dem zahlenstrahl vorstelle bei fünf mal werfen könnte ich ja worst case null sechsen best case alle fünf würfe sechsen werfen oder eben irgendwie sowas dazwischen eine zwei drei oder vier sechsen und jetzt wollen wir mindestens eine sechs mindestens eine sechs heißt also eine oder zwei oder drei oder vier oder fünf und das bedeutet was hier gesucht ist ist p von x größer gleich eins oder anders ausgedrückt weil das ganze hier wird ja irgendwie eins davon zutreffen lassen das heißt das insgesamt sind 100 Prozent also eins ich was ich nicht möchte ist hier die 0 also 1 minus p von x gleich 0 und dann könnt ihr euch daran erinnern dass dieses x gleich 0 ja wieder so eine gleich wahrscheinlichkeit ist also Bernoulli Formel also habe ich hier 1 minus n über k 5 über 0 jetzt mal p hoch k also 1 Sechstel hoch 0 mal 1 minus p also 5 Sechstel hoch n k n minus 0 also bei uns 5 minus 0 also 5 und mit genau dieser Idee im Hinterkopf könnt ihr jetzt nochmal hoch gehen und die Auswahl Möglichkeiten anschauen und dann werdet ihr sehen ja so richtig passt nichts aber sowas mit 1 minus das habe ich hier schon mal gesehen also überlegt nochmal über eure Rechnung könnt ihr da vielleicht noch was vereinfachen da sind so ein paar Sachen die müsst ihr wissen alles über 0 ist nämlich immer 1 und die andere Sache das hatten wir schon alles hoch 0 ist auch immer 1 bedeutet also hier bei uns dass ihr da 1 minus 1 mal 1 mal 5 6 hoch 5 schreiben könnt und dann bleibt eben genau 1 minus 5 6 hoch 5 übrig und dann könnt ihr nochmal gucken und seht ah ja perfekt das ist genau das was ich jetzt auch raus bekommen habe also das kreuzchen setzen wir hier und beim letzten naja ist bisschen tricky verführerisch auf jeden Fall jetzt zu raten und wenn man raten würde würde man wahrscheinlich schon sagen die zweite 6 soll irgendwie im letzten wurf fallen also eine einzelne 6 soll auf den letzten wurf fallen wahrscheinlich hier diese Sache mit 1 Sechstel weil das was wir hier sehen ist irgendwie eher was mit einem Treffer und 4 Nieten ja aber um sowas dann sicher beantworten zu können muss man vielleicht doch nochmal ein bisschen genauer drüber nachdenken also schnappen wir uns die Situation es werden genau zwei Sechsen geworfen wobei die zweite 6 im letzten wurf fällt und versuchen das mal zu zerlegen wir haben ja fünf Würfe also es gibt einen ersten zweiten dritten vierten und einen fünften Wurf und hier kommt jetzt irgendwie auf die Reihenfolge an bei der Binomialverteilung kommt es nie auf die Reihenfolge an das ist immer nur so ich will insgesamt meinetwegen genau zwei Sechsen wann die kommen total egal Hauptsache insgesamt zwei und hier wird jetzt ganz klar gesagt die Reihenfolge ist wichtig im letzten Wurf soll eine 6 fallen das heißt egal was hier vorne passiert dass wir insgesamt genau zwei Sechsen wollen also haben wir hier für diese vier Fragezeichen schon mal safe dass irgendwo davon auch noch eine 6 sein muss heißt also wir haben sozusagen vier Plätze und einen davon müssen wir einer 6 geben und die anderen dürfen wir keiner 6 geben weil insgesamt genau zwei Sechsen geworfen werden sollen also haben wir diese Möglichkeiten die 6 am Ende im fünften Wurf ist safe und die andere 6 könnte als erstes zweites drittes oder viertes kommen und jetzt könnt ihr euch halt überlegen dass ihr das mit der binomialverteilung macht hier diesen ersten teil und sagt das ist ja wie wenn ich bei n gleich 4 bin also vier mal werfe und dann genau eine 6 haben will und anschließend muss noch diese eine 6 hier hinten am Ende safe kommen also p sprich 4 über 1 mal p hoch k also p hoch 1 mal 1 minus p also 5 sechstel hoch n minus 1 also hoch 3 und da kommt jetzt noch ins Spiel sollte man auch wissen dass n über 1 immer n ist es gibt genau eine Möglichkeit ein Element aus n Elementen auszuwählen wenn euch das schwer fällt schaut mal da rein da habe ich das mit Hundewelpen erklärt diesen Binomialkoeffizienten oder speichert es euch in einem anderen Tab das ist super gut nochmal anzusehen da werdet ihr auch verstehen warum n über 1 gleich n ist und n über 0 1 und so aber hier wollen wir es einfach nur nutzen und kommen dann darauf dass das hier 4 über 1 also 4 sein muss 4 mal 1 sechstel mal 5 sechstel hoch 3 1 sechstel hoch 1 können wir auch noch mit dieser letzten Wahrscheinlichkeit für eine 6 bei dem fünften Wurf warum wird da jetzt multipliziert naja überlegt es euch als Baum was könnte passieren im ersten bis vierten Wurf da könnten wir entweder genau eine 6 haben oder eben was anderes und die Wahrscheinlichkeit für genau eine 6 in diesem ersten bis vierten Wurf ist eben p von x gleich 1 danach deswegen Baumdiagramm da wird die Reihenfolge immer beachtet gibt es ja noch den fünften Wurf und der fünfte Wurf könnte entweder eine 6 werden oder keine 6 ich mache es einfach mal mit diesem Strich drüber und so könnte es auch werden wenn im ersten Wurf nicht genau eine 6 geworfen wurde so und jetzt wissen wir die Wahrscheinlichkeit für eine 6 ist im fünften Wurf wie in allen anderen Würfen auch ein Sechstel die Wahrscheinlichkeit für keine 6 5 Sechstel und damit haben wir hier dieses Baumdiagramm vervollständigt und interessieren uns für diesen Pfad im ersten bis vierten Wurf sollte genau eine 6 fallen egal an welcher Stelle im letzten Wurf sollte sicher die 6 fallen und da seht ihr schon es muss entlang des Pfades multipliziert werden also p von x gleich 1 mal 1 Sechstel und p von x gleich 1 ist eben das hier also gucken wir bei uns in der Auswahl und ihr werdet sehen das ist da genau nach diesem Ausdruck und dann noch mal ein Sechstel dahinter und den findet ihr hier und jetzt nicht erschrecken dass die Aufgabe so lange gedauert hat obwohl es auch eigentlich nur eine Teilaufgabe hier ist es ist kein Problem ihr hättet das bestimmt auch schneller euch erschließen können ich habe es nur mit Absicht so langsam erklärt dass alle die das auch nicht verstanden haben direkt noch eine Chance haben darüber nachzudenken und das im Nachhinein wir sollen ein Ereignis angeben das diese Wahrscheinlichkeit hier hat hier läuft es also jetzt irgendwie andersrum ja wir gucken es mal genau an 5 über 3 mal 1 Sechstel hoch 3 mal 5 Sechstel hoch 2 plus 5 über 4 mal 1 Sechstel hoch 4 mal 5 Sechstel hoch 1 und da müsst ihr jetzt nicht zuordnen sondern ihr müsst selbst überlegen was das für eine Wahrscheinlichkeit ist und da sollte euch ziemlich schnell auffallen dass das hier jeweils genaue Treffer Wahrscheinlichkeiten also Bernoulli Formel sind einmal hier für p von x gleich 3 mit n gleich 5 gerechnet und p gleich 1 Sechstel und hier ist das p von x gleich 4 mit n gleich 5 gerechnet und p gleich 1 Sechstel und das bedeutet angeben war ja einfach wir sollten einfach nur hinschreiben das bedeutet also dass wir hier sagen können bei 9.2 dass das die Wahrscheinlichkeit ist für genau 3 Treffer plus genau 4 Treffer also in Worten formuliert es werden 3 oder 4 Sechsen geworfen ja und damit haben wir schon die vorletzte Aufgabe erledigt halte durch eine kommt noch die letzte stochastik Aufgabe wieder sehr sehr typisch für hilfsmittelfreie Aufgaben eine Urne wird uns gesagt enthält jetzt weiße und rote Kugeln es wird fünfmal mit zurücklegen gezogen mit zurücklegen ziehen heißt also wir haben eine Urne und dann ziehen wir was daraus und schmeißen es danach wieder rein die Wahrscheinlichkeiten also bleiben die gleichen bei ohne zurücklegen würde man was nehmen rauslegen und danach weiter ziehen ohne zurückzulegen das heißt da ändern sich dann die Wahrscheinlichkeiten für die Urne und wir sollen jetzt zuallererst mal die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen keine einzige rote Kugel zu ziehen wenn sich in der Urne eine weiße und neun rote Kugeln befinden also kurz überblick kleine skizze wir haben eine Urne das klingt immer so komisch aber es ist einfach ein Behältnis und es soll eine weiße und neun rote Kugeln drin sein und jetzt wollten wir fünf mal ziehen das heißt für 10.1 könnten wir uns wieder überlegen ähnlich wie vorhin da wurde fünf mal ein Würfel geworfen jetzt wird fünf mal gezogen wir haben also eine erste Kugel eine zweite Kugel eine dritte Kugel eine vierte Kugel und eine fünfte Kugel und was kann natürlich passieren bei jeweils der ersten zweiten dritten vierten fünften sie könnte weiß sein oder rot weiß oder rot weiß oder rot und jetzt seht ihr schon könnte ich das so lange vervollständigen bis sich das da fünf mal in zwei Gabeln geteilt hat und das kriegt man gar nicht gut hin das heißt es kann nicht darauf angelegt worden sein diese Aufgabe zu zeichnen aber wir können es trotzdem nutzen und nur den Pfad zeichnen also ein Teilbaum Diagramm nur den Pfad zeichnen der für uns wichtig ist wir wollen keine rote Kugel ja und das heißt wir wollen dass die erste zweite dritte vierte und fünfte nicht rot sind also alle weiß unser Pfad ist also der Pfad weiß 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 und die Wahrscheinlichkeit dafür ist eigentlich auch ganz einfach zu berechnen weil die Wahrscheinlichkeit für weiß ist ein Zehntel und die Wahrscheinlichkeit für rot neun Zehntel und weil wir zurücklegen ändert sich nichts an den Wahrscheinlichkeiten weil ja immer wieder dieselben Kugeln in dieser Urne drin liegen also haben wir immer ein Zehntel und neun Zehntel und bei unserem weiß 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 Pfad haben wir einfach jedes Mal die Wahrscheinlichkeit ein Zehntel dann kommt die Pfadregel ins Spiel ihr wisst ja entlang des Pfades wird multipliziert also die Wahrscheinlichkeit für keine rote Kugel wäre entlang des Pfades multipliziert ein Zehntel mal ein Zehntel mal ein Zehntel mal ein Zehntel mal ein Zehntel und das macht oben mal oben unten mal unten 1 durch 100.000 und das kann man im höchsmittelfreien Teil auf jeden Fall so als Bruch stehen lassen fertig nächste Aufgabe die ist ein bisschen schwieriger in der Aufgabe 10.2 ist jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür dass eine rote Kugel gezogen wird unbekannt das heißt das p kennen wir jetzt nicht mehr so wie vorhin da wussten wir ja dass eine weiß und neun rote Kugeln im Pott sind da wussten wir also dass diese Treffer Wahrscheinlichkeit neun Zehntel ist jetzt wissen wir es nicht wir wissen aber dass x die Anzahl der gezogenen roten Kugeln bezeichnet da habe ich ja immer gesagt aufpassen wenn es um eine Anzahl geht haben wir immer irgendwie Binomialverteilung und die haben wir hier tatsächlich weil wir die stochastische Unabhängigkeit der einzelnen Kugelzüge dadurch dass wir immer wieder zurücklegen gewährleistet haben ja und dann wissen wir auch noch dass p von x gleich 0 dasselbe wie p von x gleich 1 sein soll was weiterhin gilt weil es in der Überschrift stand ist dass 5 mal gezogen wird also n gleich 5 ist fix und das in dieser Situation ist halt eine super typische Aufgabe die ich jetzt schon sehr oft in verschiedensten Bundesländern im hilfsmittelfreien Teil gesehen habe also ihr bekommt dann immer so eine Aussage wie eben p von x gleich 0 ist dasselbe wie p von x gleich 1 ihr bekommt das n zum Beispiel 5 ihr wisst dass x binomialverteilt ist und ihr sollt jetzt herausfinden was ist meine Trefferwahrscheinlichkeit p schöne Transferaufgabe was machen wir also naja wir überlegen uns wenn wir p von x gleich 0 kennen würden und p von x gleich 1 dann könnten wir die gleichsetzen und irgendwie würde ja p da wahrscheinlich drin vorkommen wir kennen es aber nicht wir können es aber so gut wie es geht mit Hilfe der Bernoulli Formel allgemein aufschreiben p von x gleich 0 ist nämlich n über k also bei uns 5 über 0 mal p hoch k also p hoch 0 mal 1 minus p kennen wir halt auch nicht aber können wir hinschreiben hoch n minus 0 also hoch 5 minus 0 und p von x gleich 1 ist genauso 5 über 1 mal p hoch 1 mal 1 minus p hoch 5 minus 1 und jetzt wisst ihr dass das gleich ist das heißt ihr vereinfacht es noch ein bisschen und setzt es am Ende gleich weil ja p von x gleich 0 dasselbe wie p von x gleich 1 sein sollte da kommen wieder unsere wunderbaren Merksachen rein 5 über 0 ist nämlich 1 5 über 1 ist 5 das sind diese allgemeinen Rechenregeln die man drauf haben sollte für den Binomialkoeffizienten damit kommen wir also schon mal hier ein Stück weiter zu 1 mal p hoch 0 was ja auch wieder was wichtiges ist alles hoch 0 haben wir gesagt ist 1 außer 0 also haben wir hier 1 mal 1 minus p hoch 5 und hier haben wir 5 mal p mal 1 minus p hoch 4 jetzt setzen wir alles gleich das heißt da steht im Endeffekt 1 minus p in Klammern hoch 5 ist gleich 5 mal p mal 1 minus p in Klammern hoch 4 und das können wir jetzt wieder mit Analysis-Strategien hier auflösen weil wir nämlich sehen 1 minus p hoch 5 ist ja einfach 1 minus p mal 1 minus p und so weiter auf der anderen Seite haben wir es genauso weil da steht 1 minus p hoch 4 also 1 minus p mal 1 minus p mal 1 minus p mal 1 minus p und dann können wir einfach sagen wir kürzen wir teilen durch 1 minus p dann ist schon mal eine weg wir machen das nochmal und nochmal und nochmal also haben wir insgesamt geteilt durch 1 minus p hoch 4 gerechnet und dann ist es ganz einfach was da stehen bleibt dann steht da nämlich einfach nur 1 minus p ist gleich 5p und da holen wir dieses p von drüben rüber mit plus p heißt wir haben da dann noch stehen 1 ist gleich 6p dann teilen wir durch 6 und kommen darauf dass p gleich 1 Sechstel ist und das bedeutet für uns dass in dieser Urne also zum Beispiel insgesamt 6 Kugeln sein könnten und eine davon wäre rot also so könnte es zum Beispiel aussehen weil gefragt war ja das war die Aufgabe wie ist die Trefferwahrscheinlichkeit p also die Wahrscheinlichkeit für eine rote Kugel damit die Wahrscheinlichkeit keine rote Kugel zu ziehen bei 5 mal ziehen genauso groß ist wie die Wahrscheinlichkeit eine rote Kugel zu ziehen so und das war die letzte Aufgabe von Stochastik und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin ziemlich geschafft diese Aufgaben sind an sich nicht schwer aber es geht halt auf die Breite ihr müsst von allem alles wissen und vor allem müsst ihr alles durcheinander wissen und was man da einfach nur machen sollte was das einzige ist um die hilfsmittelfreien Aufgaben gut zu schaffen ist Übung schnappt euch so viele hilfsmittelfreie Klausuren wie ihr kriegen könnt und rechnet die einfach mal durch wenn ihr keine Lust habt das alleine zu machen dann seht ihr hier die Playlist der hilfsmittelfreien Aufgaben oder ihr könnt euch da drüber mal die hilfsmittelfreien Aufgaben aus einem anderen Bundesland vorknopfen und die durchrechnen und wenn euch Fragen kommen schreibt sie einfach jederzeit in die Kommentare ich bin da um euch zu helfen tschau macht's gut haltet durch ihr schafft das mit dem Abi und ihr schafft das mit dem